Ich finde, TikTok sollte in Deutschland einfach verboten werden. Idioten. Idioten, Alter. Ich, nachdem ungemeine Nummer geleakt hat. Ja, ja! Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Alphastein. Das ist immer noch besser. Junge, was soll das, Alter? Es ist immer noch besser als Vyfall. Ich hatte mir überlegt, wen ich da zunehmen kann. Und ich habe auch fast schon überlegt, das Video alleine zu machen. Aber es ist immer noch besser als Vive. Leute, ganz wichtige Info. Ich streame natürlich heute Abend wieder. Um 16.30 Uhr geht es los. Kommt auf jeden Fall gerne ran. Wir spielen ein bisschen Valorant. Genau, Justin, danke an der Stelle. Und ich freue mich auf jeden Fall. Streamen läuft. Community-Band ist auch mit am Start. Ich freue mich. Klingt hervorragend. Gut, Leute, wir schauen uns heute deutsche Memes an. Alphastein, du bist ja Deutscher, richtig? Halb. Grüß dich. Halb, was ist deine andere Hälfte? Stein, oder? Genau. Sau witzig. Pass auf, ich würde sagen, wir ziehen uns heute ein paar deutsche Memes rein. Nicht-Lachen-Edition, Alphastein, wer lacht, muss ein Bild von sich auf Instagram hochladen. Okay, du weißt Bescheid. Perfekt. Ganz genau. Ich würde sagen, wir fangen an der Stelle an. Drei, zwei, eins und los geht's. Grüßt euch und damit nicht herzlich willkommen. Oh nein, Digga, nicht im Spiegel gestern Abend angeschaut und dachte mir so... Arschritze. Oh, Sie, Max, Junge. Nein! Oh mein Gott! Natürlich. Oh nein! Digga, und dann will deine Mutter nur wissen, wann du nach Hause kommst. Dein bester Anmachspruch heute? Mein bester Anmach... Ja, aber... Ey. Ja, schade. Sacke. Wer Sacke? Justin. Ich bin ja einfach taub jetzt. Dankeschön. Ein Adler, der versucht hat, dass du versucht einzusperrt. Die Flügel. Was ist das? Oh, Benzin? Oh, Junge. Waren das die Prankbros, die sich gegenseitig verbrannt haben? Ja. Alles klar. Nice. Gut Content. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezahlt. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, das ist einfach nur eine weiße Wand. Ich habe keinen Migrationshintergrund, sondern einen Wald, meine Freunde, an der Stelle. Digga. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn Justin für dich lacht, Alphastein. Ich glaube, du musst später ein Bild von dir posten. Äh, äh. Oh, was ist das? Warum? Was ist dein Problem? Steffen! Oh. Geh auf, dann! Steffen! Steffen, neu! Ja! Genau. Einfach überall kostenlos Geld abheben. Okay. Ich weiß es nicht, was das ist. Fahr zu. Fahr zu. Ach, Junge. Ich konnte zwar in mein Konto... Verwalter! Ah! Ich hätte mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Momentane Gefühlslage. Eins zu eins, Quarantäne kickt. Bratan, Bratan, Gucci, 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 alles Gucci, Bratan, wenn ich lebe, Brrra, siehst du hier, Gucci, Gucci. Oh, nee. Digga, stell dir mal vor, das ist dein Kind. Stell dir einfach mal vor, das ist dein Kind. Was machst du dann? Erziehungsmaßnahme. Erziehungsmaßnahme, du sagst es. Brrra, Bratan. Scheiße. Hey, wer kennt ihr dich? Mein Viteb soll brennen. Ich wollte das Ziel anvisieren. Das ist meine persönliche Fitness-Motivation. Viele Leute wissen sich, Tim Gabel, Karl S., Kevin Wolter, Inscope. Sie alle haben gelernt von ihm, Digga. Sie alle hören jeden Morgen dieses Lied und sind komplett motiviert. Ich kann es euch wirklich nur... Es ist krass, es ist kreis, es ist krank. An alle Studenten jetzt harte Real-Talk. Wo wir gerade auf einem Thema sind an der Stelle. Eben hat mir ein Student geschrieben, oh, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Das ist als Student schwer. Dann bricht ein Studium ab. Perfekt, Junge, natürlich. Ganz genau, ganz genau. Wann ist der ein Meme geworden, dieser Typ? Aha, aha. Chaos, Sascha. Angela Merkel. Angela Merkel. Oh, Junge, Alter. Die Deutschen mal wieder. Ja, Leute, machen wir direkt weiter mit der zweiten Videoclip-Geschichte hier mit Pedro Lombardi. Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Gibt es keine neue Musik, die ich für dich promoten kann oder was ist los? Ich bin jetzt echt richtig, richtig froh, hier zu sein. Oh, Digga. Seit fünf Stunden mit dem Ständer. Ja, ja, ich hoffe. Junge, guck ihn dir an. Schau ihn dir an. Ihr glaubt, ihr habt schon mal erlebt? Ich hab von Aqua bestellt und Adelno kommt an. Schmerzhaft. Das ist einfach nur schmerzhaft, Digga. Das ist einfach nur, Digga. Der arme Junge. Der arme Junge. RIP. F in den Chat. Was ist das eigentlich für eine Schweinerei? Nach bestimmten liebst du zu Hause oder am liebsten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, die diese... ...in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Junge, Junge. Was? Wie? Was? Who's that Pokemon? You look, ex ist so ein Ehrenbruder. 400 Euro mit Skilgames! Habt ihr schon mal persönlich irgendwo ein Homo Sapiens gesehen? Ob wir mal Schwuchtelns gesehen haben? Oh. Oh, Mann, Alter. Ich bin einfach am Arsch, Freunde, ehrlich. Für jeden Unterstützung, egal was, würde ich mich freuen. Aber das... Ich weiß nicht jetzt. Bro, 20 Euro auf Tipico und Ronaldo macht letzte Minute ein Tor. Was willst du machen? Geld weg, Geld futsch, Digga. Quote stand gut, aber alles weg. Belastend, belastend. Oh, Junge, Alter. Warum? Guck mal, wieso machen solche Leute das? Ich finde, TikTok sollte in Deutschland einfach verboten werden. Ich finde, TikTok sollte in Deutschland einfach komplett verboten werden. Von TikTok kommt nichts Gutes. Da kommt nichts Gutes. Trimax. Echt, ja. Alter. Nossi, Alter. Stopp. Stopp. Nein. Form, Alter. Und dann gibt's noch eine Form. Und dann Form, Alter. Boah, ich hasse diesen Typen. Doubt es. Das ist ein Daratzer. Das ist ein Daratzer. Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Hier muss auch sein. Natürlich, Bruder. Ernährung gehört dazu. Guck mal hier, Bruder. Seit halbe Stunde krieg ich nur noch Wasser. Seit halbe Stunde trink ich nur noch Wasser. Ist stark. Ist gut. Spaß, was freut. Nein. Du hast jetzt also gerade versucht, mich zu beladen, weil du nichts anderes zu tun hast. Jetzt wirst du versuchen, dich nach diesem Argument von mir daraus reden zu wollen. Back, ihre Beine. Feiergurten, Alter. Deutsche, deutsche, deutsche Kartoffel geschält. Drei Backpfeifen. Backpfeifen. Junge. Patsch, patsch, patsch. Alle Kollegen von mir haben wirklich früher immer für ein halbjahres Zeugnis auf die Fresse bekommen. Ist kein Witz. Dass das hier so eine 2 bis 3 ist. Mhm. Ja, ist doch gut. Vielleicht ist es morgen eine 4. Ich weiß nicht. Kann sein. Schulen sind alle geschlossen und ich könnte mich jetzt mit meinen Freunden treffen. Aber ich sage nein zu Corona. Denn ich liebe Umis. Was? Ich weiß nicht, ob das die richtige Aussage ist, Bro. Bin ich ganz ehrlich, Alter. Feuer! 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 Ver****! Idioten, Alter. Wie alt bist du? 19. Haha. Findest du dich selber hilf? Nee, eigentlich ist nicht. Ich finde dich auch nicht hilf. Du bist selber hässlich, ganz ehrlich. Oh. Okay, alles klar. Hmhm. Monte, melde dich doch einfach bei der Dame. Deine Läge! Bin wieder da. Ja, ohne BH. Joll. Mhm. 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 ich nachdem ungemeine nummer geleakt hat grüße geht an der stelle raus an dich simon und flankt nicht mit der marmeladen oma nicht mit der marmeladen oma das hat grenzen es hat grenzen oh junge oh dieser andere wird ja 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 ok tschuldigung so dieser post geht direkt an frau merkel bitte heute abend wenn du zu uns sprichst lass uns wieder raus wir können nicht mehr karatäne ist over wir haben keine lust mehr endlich einer mal der hier facts bittet alter speaking to facts war mir grad langweilig jetzt probiere ich keine neue filter aus und ich liebe 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 diesen adidas filter das war es an der stelle mal wieder komplett meine freunde ich hoffe dass auf jeden fall alphasteine die deutlich bessere ergänzung gegenüber erweif hd gewesen ist wenn ihr der meinung sei dass erweif absoluter rotz ist und wirklich muss das lasst gerne daumen nach oben da schaut unbedingt bei alphastein vorbei denn der zweimal gelachten muss jetzt unbedingt ein bild bei sich posten das war es an der stelle von diesem wunderschönen video ich bin raus und vielen vielen dank fürs zuschauen und schaut heute abend auf jeden fall um 16.30 mein stream es wird ja 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 ja